Was, wir gehen blind rein. Was auch geil wäre hier, wenn man zum Beispiel hätte so ein Nachtsichtgerät und dann quasi im Dunkeln reingehen könnte. Man hat ein Nachtsichtgerät. Upsi. Also ich habe einen immer. Nein, ich meine, weißt du, was du einschalten kannst bei der Brille oder so? Ja. Muss man das ausrüsten extra? Ich denke. Wie aktivierst du das? Mit N. Wie Nachtsicht. Ah. Naja, L ist nicht immer auf Leid, ne? Nein. Das muss man zurecht finden. Da vorne links, glaube ich, ist es. Schlippt gleich zu Hause. Oder auf jeden Fall größer. Ja, ich würde sagen, da geht's rein. Ja, ich würde auch gleich da eingehen nochmal. Weil wenn man schon von der Seitengasse kommt. Dann kommt man auch von der Seitengasse. Ja, ich komme auch von der Seitengasse. Gehen wir da, auf der anderen Seite entlang? Ja. Seh ich nix, hör ich nix. Aber gab es noch ein bisschen. Nein. Ich habe mich auch ganz schön gut getroffen, gleich mit dem ersten Schuss. Haust du sie? Nein, da hat er mich getroffen. Ich habe ihn nicht gesehen. Muss irgendwo da ganz hinten gewesen sein, weil es ein Sehchen irgendwie wahrgenommen. Ja, der ist ganz hinten. Warte, ich bin schon da. Sehen wir aber nichts. Da hinten. Da ist eine Tür offen. Ja. Auf der anderen Seite sind auch noch zwei Türen. Mit rechts genau an der Wand dann. Auf der anderen Seite sind auch noch zwei Türen. Da ist noch einer. Das seh ich nicht. Ich bin jetzt sicher nicht auf der Seite. Da stehe ich rein. Oder ist noch einer? Ja. Ja, mal eben, das ist ein Wahnsinn. Klar, Robin? Ja. Das hat zusammengeknickt. Ja. Ich gehe links unten weiter. Ja. Boah, der hat aufgegeben sogar. Für mich sehr gut. Er hat gemerkt, dass ich keine Chance habe. Komm schon. Da ist er ganz vorne an der Ecke rechts. Ja. Danke. Wie geht's denn? Ja. Ich bin noch auf der Seite. Ich bin noch auf der Seite. Wow. We're gonna get you out of here. Auf der Seite. Was machst du? Wir sprechen. Zivilisten sind bei für Trailerin. Stop reporting. ok irgendeiner hat eine geißel erschossen ich hoffe das war nicht ich gerade jemand erschossen ich möchte ich habe ein waffen habe er gehabt was ich mir schon jetzt umgedreht oder was habe ich auch weitergegangen es ist nicht zum aufmachen wo ich kann ich auch die brauchen im fuß habe ich habe die rechts ist im büro in der tür ja Was denn? Ja. Und wenn ich sag, Handy hoch, halt, dann ist Handy hoch. Und wenn ich sag, Handy hoch, halt, dann ist Handy hoch. Den, den nehm ich dann mit, mit dem fahr ich dann raus. Ist okay, das wird schon nicht auffallen. Wir sagen einfach, dass es wegrollt. Ich glaub, da geht's wieder raus. Du könntest links an der Tür, ganz links ist es auch an der Tür. Wenn du wirst, dann können wir gleichzeitig reingehen. Wenn das der gleiche Raum ist. Ich sage, wenn du bereit bist. Ich bin drinnen. Ich hab hier eine Geisel. Bei mir geht's dann in einen zweiten Stock rauf. Ich hab dich kurz gesehen. Bei mir ist da noch eine Tür. Ja. Ich glaub da hinten, da steht einer rein. Ich bin tot. Fuck. Ich weiß jetzt nicht von wo. Ich wollte jetzt einen gezielten Schuss machen, aber dann wurde ich von rechts irgendwo getötet. Da ist einer natürlich mit einer Gasel drin. Okay. Ich wollte gezielten ausschalten. Hast du den? Ich bin dort woanders weiter gegangen. Warte. Nein, wenn er geht... Nein, dann weiter. War das mein Befehl? Du bist rauf gegangen? Nein. Ah, in den Raum links. Links war der mit der Gasel. Ich glaube ich bin von rechts erschossen worden. Ja, der ist hier. Da ist er. Das ist auch einer. Das ist der mit der Geisel. Ich kann nur sagen, der Geisel ist gerettet. Da war einmal. Okay. Ich habe den jetzt. Ich habe den Geisel. Ich habe den Geisel. Ich habe den Geisel. Wie gesagt, sorry. Ich dachte ich soll weiter gehen da. Sie sind nicht hier um zu denken. Sie sind nur hier um Befehle auszuführen. Sir, yes sir. Von da bin ich gekommen. So, wo geht es da jetzt rauf? Ich glaube da ist rauf gegangen. Ich habe den Geisel. Ich habe den Geisel. du hast recht zeig was kannst yo what you 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 Wenn sie mal reinladen, ja. Wenn. Aber die Vorgehensweise mal hinein war nicht so schlecht, ich würde sagen die werden wir beibehalten. Krass, man kann links und rechts. Okay, das muss ich nicht. Na weiter, man kann sogar ganz weit links und ganz weit rechts. Mit alt. Mit alt? Ja, alt und dann die Richtung. Ups. Ah. Ja gut, gleich hiervorgehensweise mal ein bisschen reingehen. Ich gehe wieder links. Ja, ich gehe wieder rechts. Ich habe einen Test gefragt, aber er hat gesagt... Ah. Ah. Ich habe einen Moment, um zu sprechen. Der Suspekt ist wunderschön, aber unbewusst. Ja. 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 Ich habe noch keiner auf mich geschossen. Aber nicht. Töne! Drei, ich bin. war so eine reale tür offen Das ist wieder ein Zivilist. Das kein Zivilist davon gelesen. So. Wow. Da wollte jetzt einer durchkriechen mit der Waffe. Da drüben ist auch eine Tür. Ja, da ist das Lagerhaus. Ah, ok. Da war ich nicht drinnen noch. Ich habe dir gesagt, da ist das Lagerhaus da noch nebenan. Aber machen wir jetzt das drinnen. Ok, gehen wir mal da rein. Gehen wir mal links. Safe. Gehen wir vom großen Raum? Er ist nach links. Er ist in die Tür hinein. Oh, du bist noch einer. Echt? Den habe ich. Rechts wieder? Bei der großen Tür. Ich habe ihn nicht. Ich gehe links bei der kleinen Tür, wo einer weggelaufen ist rein. Ja. Bist du da, aber das war jetzt ein Reflex. Aber der war sehr gut. Das ist einer gerade reingepusht von der anderen Seite der Tür. Mach du auf und ich hau was rein. Da ist der Geisel auch drinnen, aufpassen. Wir sind auf Blender. Ja, ja, aber... Fuck. Nichts raus. Jetzt. Hätten wir gleich der Regal müssen. Ui. Das ist Hock. Du hast verletzt deinen Objektiv.